Zukunft der Ampelkoalition Lindner legt sich nicht auf Fortbestand fest, Bundesfinanzminister Lindner hat ein vorzeitiges aus der Ampelkoalition nicht ausgeschlossen. Auf eine Frage des Magazins Der Spiegel, ob er das Bündnis beenden wolle, sagte der FDP-Vorsitzende, er habe keinen diesbezüglichen Vorsatz. Deutschland brauche aber eine Richtungsentscheidung. Lindner äußerte sich auch zu den andauernden Spannungen mit SPD und Grünen. Wie sich die Regierung gegenwärtig präsentiere und auch die nicht geklärte Grundrichtung entspricht nicht meinem Selbstanspruch an Regierungshandeln. So gelinge es der Koalition in zunehmendem Maße nicht, sich auf etwas zu verständigen, es öffentlich zu vertreten und umzusetzen. Auf die Frage, für wie wahrscheinlich er eine vorgezogene Bundestagswahl am 9. März 2020 halte, antwortete der FDP-Chef demnach, er wolle sich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. Er machte in dem Gespräch allerdings deutlich, dass die anstehenden Haushaltsverhandlungen entscheidend sind. Eine Regierung braucht einen Haushalt, sonst ist sie keine Regierung mehr. Mehrheit für Neuwahlen. Eine knappe Mehrheit der Deutschen spricht sich inzwischen für Neuwahlen aus. Das ist das Ergebnis des jüngst veröffentlichten ARD-Deutschland-Trends. Demnach bewerten nur noch 14% der Deutschen, 5%-Punkte im Vergleich zu Anfang Oktober, die Arbeit der Ampel positiv. 85% seien weniger oder gar nicht zufrieden. Kritische Wortmeldungen nehmen zu, Im Deutschlandfunk hatte zuvor der grünen Politiker Kellner Kritik am Auftreten der Ampel-Koalition geäußert. Diese sei in der Performance teilweise grauenvoll, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Kürzlich hatte bereits Bundesjustizminister Buschmann eine klare Zusage für einen Verbleib seiner FDP in der Ampel-Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode vermieden. Er sagte dem Online-Portal, The Pioneer, eine Garantie dafür, könne er nicht geben. Er könne die Frage nur mit Ja beantworten, falls in der Bundesregierung eine Einigung gelinge, die finanzielle Solidität und wirtschaftliche Stärke für Deutschland herstelle. Buschmann betonte, die diesbezüglich in der Koalition geführten intensiven Debatten um den richtigen Weg für Deutschland seien für die Freien Demokraten nicht nebensächlich, sondern vielmehr eine Schicksalsfrage.